Herzlich willkommen, mein Name ist Daniel vom Kanal Filmerfahrung. Der liebe Brauni hat mich gebeten, ein Adventskalender-Türchen zu sein und dabei meinen ganz persönlichen Lieblingsfilm vorzustellen. Alle, die mich kennen, wissen natürlich schon, dass es dabei eigentlich nur eine Antwort geben kann, nämlich Der Herr der Ringe. Und ja, ich sehe auch alle drei Teile tatsächlich als einen riesigen Film an. Doch was macht diesen Film für mich eigentlich so besonders? Es ist nicht nur die ausgeklügelte und mitreißende Story über Freundschaft, Zusammenhalt und Liebe oder das großartige Schauspiel des Casts oder die für die damalige Zeit wirklich revolutionäre technische Umsetzung. Nein, es ist vor allem das Gefühl, das dieser Film in mir selbst auslösen kann. Das liegt für mich an dem perfekten Zusammenspiel der traumhaft schönen Landschaften von Neuseeland mit dem unverkennbaren Soundtrack von Howard Shaw. Seien es die saftig grünen Weiten des Auenlands, die in mir immer innere Ruhe und Frieden auslösen oder das unbehagliche Auftreten der Nazgul in dunkler Nacht oder der epische Ritt der Rohirin bei der Schlacht um Minas Tirith, der einfach immer Gänsehaut in mir auslöst. Es ist vor allem ein Gefühl, meine eigene Umwelt völlig zu vergessen und am liebsten einfach nur in die Welt von Mittelerde eintauchen zu wollen. Was dieses Versinken im Film für mich so gut ermöglicht, ist tatsächlich auch die Länge des Films. Der Film nimmt sich einfach die Zeit, die gezeigte Welt auch erkunden zu können und ein Gespür für sie aufzubauen. Es ist die Detailverliebtheit von Regisseur Peter Jacksons Inszenierung mit unglaublich realistischen Sets oder zum Beispiel auch einfach nur die Sprache der Elben sind darin. Der Film ist die traumhafte Abenteuerreise des Ringträgers Frodo und seiner Gefährten durch wundervolle Landschaften und epische Schlachten. Und der Film wirkt trotz seiner epochalen Größe für mich immer noch einfach persönlich und nahbar. Es ist eigentlich das perfekte Beispiel einer Heldenreise, bei der ich mir immer wieder wünsche, doch einfach nur mitgehen zu können. Herr der Ringe ist für mich immer etwas ganz Besonderes. Ein Film, den ich mir tatsächlich auch nur unglaublich selten anschaue, wie zum Beispiel ein sehr teurer Whisky, den man sich nur für ganz besondere Momente aufheben will. Ganz allgemein bedeutet Film und letztendlich auch Kino für mich ganz persönlich vor allem Flucht aus dem Alltag und das Eintauchen und Erfahren von etwas ganz Neuem, das man bis dato auch nicht so wirklich kannte. Und kein anderer Film hat das für mich persönlich so gut geschafft wie eben Der Herr der Ringe. Und deshalb ist es mein persönlicher Lieblingsfilm. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne restliche Weihnachtszeit. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann schaut doch einfach mal auf meinem Kanal vorbei zu einer neuen Portion Filmerfahrung. So ihr Lieben, ich hoffe euch hat das heutige Video gefallen. Wenn ihr noch mehr Videos von meinem heutigen Gast sehen wollt, dann klickt doch gerne hier oben auf ein Video von ihm. Ansonsten habe ich hier unten nochmal das gestrige Kalendertürchen. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.